Hallo zusammen, heute gibt es bei uns einen super einfachen und schnellen One-Pot-Nudelauflauf. Und wenn ihr Lust auf mehr schnelle, einfache und leckere Rezepte habt, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Vielen Dank und los geht's! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! So einfach und schnell kann's gehen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, habe ich super Nachrichten für euch. Ich habe es nämlich unten in der Description-Box zum Nachlesen und natürlich auch nach Kochen verlinkt. Was bleibt mir mehr zu sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal!